Yo mein Lieben Zuschauer und ich bin Hallo Leute, hier kommt ein neues Video, heute spielen wir mal Minecraft Ender Games Und zwar spielen wir heute mit dem sagenhaften Schinken-Kick Leute Und die Fähigkeit des Schinken-Kickes, dank der magischen Kräfte des Schinken wirst du nie mehr in Hunger sterben Weiterhin gibt er dir für 6 Sekunden verstärkende Effekte Speed, Regeneration und 50% mehr Schaden Die Ausrüstung ist das rohe Schweinefleisch, die von Schinken, also von gesponsert von der Bacchocodos Schinken GmbH wurde Mal sehen was uns das in der Runde bringt Leute, wichtig ist, wichtig ist, dass wir einfach verdammt nochmal unsere Hungersleiste so niedrig wie es geht halten, Leute Ich weiß, natürlich muss man immer ein bisschen was essen, das ist sehr wichtig, vor allem in Minikraft Aber immer ein wenig frei halten, damit wir unser Kit-Vorteile nutzen können Alter, easy Leute Mann Alter, seht ihr? Da, da war dieser krasse Effekt zu sehen Der dieses Kit einfach unnormal heftig verstärkt Einfach der doppelte Schaden Der nächste Gegner ist 27 Blöcke von uns entfernt Jetzt nur noch 16 Blöcke Okay, dann ist er hinter uns Das ist ja interessant Okay, Leute, der weiß anscheinend nicht, dass sie welches Kit wir haben Okay, dann gebe ich ihm mal drei Damage Potions Okay, dann nehme ich mal den Schinken Was? Leute, da ich denke, dass die eine Runde ein bisschen, bisschen wenig wird Dachte ich mir, wir hängen einfach eine dran Wow Leute So, dann würde ich einfach mal sagen Dass ich mal von hier abhaue Weil der nervt mich gerade so ein bisschen Ja So Leute, das soll es dann nochmal vom Video gewesen sein Ich weiß, ich habe nicht so krasses Gameplay erspielt Sorry, tut mir leid Aber Leute Gleiches WM-Spiel Ich muss gucken Spanien, Iran Muss ich schauen Es tut mir leid Wenn das Video heute nicht so krass geschnitten ist Aber trotzdem, Leute Hier seht ihr die anderen Videos Das Kit war eigentlich ganz fresh Total OP Da würde ich euch mal sagen Haut rein Macht's gut Und ciao